Mein Lieben, hier habe ich mal wieder ein Objekt für euch. Es ist in einem neueren Gebäude und kostet 55.000 Euro. Vor Ort kann man natürlich mit dem Hausbesitzer dann gemeinsam besprechen, ob er ein bisschen runter geht. Hier haben wir zwei Balkone und zwei Bäder. Gehen wir mal in die Küche. Das ist die Küche. Der Preis ist mit allen drum und dran. Und die Wohnung ist in Machmodlar. Das hier ist das Wohnzimmer. Das ist natürlich wieder alles Geschmackssache. Am besten alles rausschmeißen. Und ja, die Wohnung ist wie gesagt auch modern. Und hier haben wir die Aussicht vom einen Balkon, vom Hauptbalkon. Und typische Machmodlar-Aussicht. Hier haben wir Schlafzimmer Nummer 1 und dort haben wir Klimaanlagenanschluss vorbereitet. Hier haben wir unseren Gang. Die Wohnung ist im vierten Stock. Hat zwei Bäder, wie gesagt. Und hat ca. 100 Quadratmeter. Und dieses Schlafzimmer hat auch ein Bad. Und hier nochmal das Wohnzimmer mit Teilküche. Und hier das andere Bad. Und nochmal das andere Schlafzimmer. Und der hintere Balkon. Man hat es etwa 10 Minuten zum Strand, zu Fuß. Und wie gesagt, wer was Moderneres haben möchte, also was Neueres haben möchte, der kann hier zulangen. Ihr wisst ja, ich habe auch für 30.000 Drei-Zimmer-Wohnungen. Aber die schauen halt dann schon ziemlich zum Herrichten aus. Hier muss man nichts mehr machen. Ihr seht auch die Deckenstückarbeiten. Es ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Und man kann gleich einziehen. Und hat etwas Neueres. Okay, soviel von mir. Also wer Lust hat, meldet sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ja, was gibt es zu sagen noch? Ja, eigentlich gibt es noch viel zu sagen. Sehr viel zu sagen. Aber das ist ja mein Immobilienkanal. Und mich haben ja einige gefragt, wann ich wieder was auf Alitube mache. Da werde ich jetzt, ja, schaffe ich es heute noch, bald wieder was machen. Es geht nämlich um verschiedene Themen. Und das hat nichts mit Immobilien zu tun. Im Endeffekt schon, weil das dann zeigt, dass es keinen Sinn mehr hat. In nördlichen Europa. Okay, soviel dann bald mehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.